In diesem Video geht es um die besten Kindersitze. Der Qualitätssieger in unserem Kindersitztest geht an den Maxi-Cosi-Titan. Der Maxi-Cosi-Titan ist ein gruppenübergreifender Kinderautositz für Babys, Kleinkinder und Kinder, der sie ab einem Alter von 9 Monaten begleitet und bis 12 Jahre einfach mitwächst. Der Autositz der Gruppe 1-2-3 wird zuerst mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt verwendet, um das Kind anzuschnallen. Danach verwandelt er sich in einen Gruppe 2-3-Kindersitz 9-36 kg, der den fahrzeugeigenen 3-Punkt-Sicherheitsgurt nutzt. So eignet er sich für Kinder ab 9 Monate bis 12 Jahre. Für besten Komfort und eine optimale Passform lässt sich die Kopfstütze ganz leicht verstellen. Für Sicherheit sorgt das Side-Protection-System gegen einen Seitenaufprall, sowie die ISOF-IX-Konnektoren und der Top-Tether. Sie sorgen dafür, dass der Sitz an seinem Platz bleibt und sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Britax Römer Kindersitz. Der Evolver wächst mit ihrem Kind mit, denn er ist für Kinder von 9 bis 36 kg geeignet. Dank seines 5-Punkt-Gurts, der Spezial-Schulterpolster und der hohen Rückenlehne ist ihr Kind optimal geschützt von 9 Monaten bis 12 Jahren. Dieser Kindersitz wird in Deutschland designt, entwickelt, getestet und in England produziert. Britax Römer besitzt eine eigene, hochmoderne Crashtest-Anlage für Kinderrückhaltesysteme. Alle Stoffe und Bezüge für Britax Römer Kindersitze werden in Europa hergestellt. Bei der Entwicklung arbeitet Britax Römer eng mit Porsche, Mercedes-Benz und Volvo zusammen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kindersitz-Test ist der Cybex Silver Solution. Der Kinder-Autositz Solution X-Fix kann mühelos ein- und ausgebaut werden und ist schnell umplatziert. Mit der neigungsverstellbaren Kopfstütze bietet der ausklappbare Seitenaufprallschutz erhöhte Sicherheit bei einem Seitenaufprall. Für optimalen Komfort ist der Solution X-Fix unter anderem mit einem komfortablen Sitzkissen sowie einer neigungsverstellbaren Rückenlehne ausgestattet. Die Befestigung im Fahrzeug erfolgt mittels Fahrzeugsicherheitsgurt und optional zusätzlich mit ISOF-IX. Im Falle eines Unfalls werden die Aufprallkräfte über die energieabsorbierende Schale abgeleitet. Neigungsverstellbare Kopfstütze verhindert das nach vorne Kippen des Kopfes im Schlaf, für optimale Sicherheit. Höhenverstellung für optimalen Komfort und Mitwachsen während langer Nutzungsdauer. Optimale Stabilität und Sicherheit mit Hilfe eines einfachen Klicksystems. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.